Wenn Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie nie wieder aus einer Plastikflasche trinken. Plastik ist schön. Plastik ist praktisch. Plastik ist praktisch überall. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir so viel Plastik im Haus haben. Die Verfallszeit von Plastik beträgt 500 Jahre. Was passiert, wenn man das im Mund stellt? Sie werden eine Vergiftung haben. Und Sie werden sich einspeiten. Jährlich werden 240 Millionen Tonnen Plastik produziert. Das wäre gut. Schwermetalle, vor allem Quecksilber war zu finden. Das heißt, der Planet ist ziemlich giftig. Es gibt heute schon sechsmal mehr Plastik als Plankton im Meer. Fische halten das Plastik für Plankton und fressen es, bis sie satt sind. Sie verenden mit vollem Magen. Auch in unserem Blut schwingt Plastik. In der Luft parten des Blut you have measurable levels of bisphenol A. Die Amount, die du in deinem Körper hast, in einem Tier, ist genug, um die Amount des Sperms zu reduzieren, die in den Testen von ca. 40%. Wir essen es, wir trinken es, wir passen es durch unsere Haut. Ein Film von Werner Bote. Plastikplanet. Ab 18. September im Kino.